Seit über 160 Jahren ist BMA spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von Anlagen zur industriellen Gewinnung von Zucker aus Zuckerrohr, Zuckerrüben und Rotzucker. Über Tochtergesellschaften und ein Netz aus Handelsvertretungen ist BMA in über 100 Ländern der Welt aktiv. Über Ländergrenzen hinweg zu arbeiten gehört für uns quasi zum Tagesgeschäft. Trotz unserer diversen Auslassstandorte haben wir nur gut 550 Bildschirmarbeitsplätze. Eine komplexe IT-Infrastruktur mit lokal betreuten Collaboration-Tools hat sich daher für uns nie gerechnet. Die Verantwortlichen der BMA kannten unsere Kompetenz rund um Digitalisierung und moderne IT-Lösungen. Daher wandten sie sich an uns und wir haben in gemeinsamen Workshops die Anforderungen für den modernen BMA-Arbeitsplatz ermittelt. Die sichere Einwahl ins Firmennetzwerk mit Windows 10, reibungslose weltweite Kollaborationen mit Microsoft Teams und Skype. Aktuell gepflegte Intranet-Seiten mit SharePoint Online sind einige der Anwendungsbeispiele, die die Mitarbeiter täglich produktiver machen. Im Laufe unseres Projektes konnten wir im Rahmen von Proof of Concepts auch Lösungen für die hohen Anforderungen von Seiten der IT-Administration liefern. Zu den überzeugenden Fakten gehört unter anderem das deutlich höhere Sicherheitsniveau, das durch einen Wechsel auf Windows 10 erreicht wird. Teams ist schon ein richtiger Renner. Unsere Projektteams wickeln jegliche Kommunikation darüber ab und legen auch Dokumente und Informationen direkt dort in Teams ab. Das heißt, das aufwändige Suchen nach Informationen in E-Mail-Postfächern gehört damit de facto der Vergangenheit an. Zudem fällt dank Office 365 natürlich viel weniger Papier an, zum Beispiel auf der vierteljährlichen Tagung der Geschäftsführer unserer Tochtergesellschaften. Dafür erforderliche Unterlagen stellen wir mittlerweile in der Cloud bereit und nicht mehr in dicken Ordnern auf den Konferenztischen. Office 365 macht den Arbeitsalltag tatsächlich leichter. Aber um den vollen Umfang der Funktionen zu nutzen, müssen wir unseren Kolleginnen und Kollegen in Schulungen verdeutlichen, dass Office 365 mehr ist als Word und Excel in der Cloud. Dank der kompetenten Beratung von Bechtle profitieren wir nun nicht nur von flüssigerer Zusammenarbeiten erhöhter IT-Sicherheit. Wir sehen noch weitere Vorteile. Zum Beispiel durch den Einsatz touchfähiger Bildschirme reizt mir im Industrie es richtig aus. Außerdem sind wir auf den Cloud-Geschmack gekommen und wollen die Möglichkeiten, die uns Microsoft IoT bietet, für unsere Anlagen nutzen. Smart4Sugar nennen wir das Programm, was unsere Anlagen 4.0 fähig macht.